Na du, willkommen zurück zu Thee. Vielen Dank, dass du wieder zugeschalten hast. Und im letzten Part haben wir... Warte mal, ich drehe mich gerade im Kreis. Ich habe doch... Moment, was habe ich hier getan? Ich habe... Schlüssel aktiviert, genau. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier hoch und müssen dem Weg der Toten folgen. Genau, meine Güte, ich muss erst mal nachdenken. Das sind schon viel... Ah, genau... Ach, 30 Sekunden her, als ich den letzten Part beendet habe. Meine Güte. Ach, das waren noch Zeiten. Schlossknacken, sehr schön. Da gibt es bestimmt eine Menge Gold drin. Oder die goldene Kumipuppe von der Größe her passt. Was will ich von der goldene Kumipuppe? So. Das war daneben. Das war perfekt und zack. Ich werde langsam perfekt, bald kann ich das einfach zack, zack, zack und ahne schon, wo die ganzen... Huhuhu... Goldenes Besteck, das gehört alles mir. Goldenes Besteck, ich nehme alles weg. Goldenes Besteck, es gehört mir. Äh, hax dich rein. Du stinkst hier. Ach, da hinten. Wir müssen jetzt auf den Haken warten. Kann ich den abnehmen? Nein. Nein, ich habe nicht gesagt, du sollst abnehmen. Hey, lass den Kopf nicht so hängen. Komm schon. Zack. Und weiter in den nächsten Raum. Das könnte ein bisschen dauern. Ein bisschen abhängen und so. Na, was haltet ihr von Thief? Ich sehe ja mal irgendwie sofort die rummotzen und sagen, viel schlechter als der letzte Teil und die letzten Vorgänger. Es erinnert mich an Bissorner. Das ist eine Bissorner nachmache. Bissorner kam aber nach, Thief. Das wissen viele nicht. Und auch das, ich weiß nicht, ist es rumgemotzen. Natürlich. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es verständlich. Ich habe es vielleicht noch nicht so weit gespielt. Und ich habe die Vorgänger nicht gespielt. Aber bis jetzt gefällt es mir eigentlich ziemlich gut. Einen Toten ist Cornelius ziemlich schwer zu finden. Aber ich brauche seinen verdammten Reihen. Schön der Reihe nach. Nicht drängeln. Die Flammen laufen euch nicht weg. Was für kranke Bastard. Okay, Flammen. Die werden also gebrutzelt. Vielleicht werde ich bestimmt Hunger bekommen oder so. Und dann knurrt mein Magen und die erkennen mich. Alle verhältn. Mir egal, ob deine Mutter die Schwermut hat. Sie wird nicht bei uns wohnen. Hahaha. Oh, wer ist das? Ach, das ist der mit seinem Quietsche-Beinchen. Der hat eine Armbrust rechts. Oh, scheiße. Jetzt hat er sich den Ring geholt. Ach, der sucht nach dem Ring und hat jetzt... Oh. Was hatte die Leiche dabei? Äh, nichts. Nichts? Ich wollte gerade eine andere Leiche holen, als ihr übernommen habt. Weißt du... Ich will nicht viel. Nur Respekt. Was zu trinken... Er ist aus dem Magen geschnitten. Dass meine Leute tun, was ihnen gesagt wird. Wirf ihnen den Ofen und durch so viel nach Geld zu Wolzen verschwenden. Aber wollen wir nicht das gleiche tun? Hätten wir ihn auch nicht aufgespießt und hätten ihm das Hab und Gut geklaut? Eigentlich... Falls du mal eine Pause brauchst, die Jungs und ich haben da ein gutes Plätzchen über den Fertigungsbereich. Nur dort wird der Alte dein Schönheitsschläfchen nicht stören. Hier sind die Regeln. Nicht darüber reden, beanspruchen, nicht den Boden auskloppen. Was? Wieso steht das hier immer? Falls du mal eine Pause brauchst, die Jungs und ich haben da ein gutes Plätzchen über dem Fertigungsbereich. Du darfst die Schläfe nicht stören. Ach so. Okay, gut. Das ist ein Hinweis, wo der Typ ist. Also, da oben hält er irgendwo immer sein Schönheitsschläfchen. Siehst du mich jetzt? Er sieht mich nicht, oder? Was? Nein, nein. Einige Leute haben sowas. Also, die reichen jedenfalls. Wusstest du das nicht? Hilf dir, einen Bruch zu kriegen oder so. Mein Bruder, der kennt Blüte und die sagt, so gut tut es auch ein geknoteter Schweinedarm. Ich fummel hier am Arsch eines Toten rum und du erzählst mir, dass dein Bruder sich einen Knoten in seinen Schwanz macht? In den Schweinedarm, nicht in seinen... Doch nicht mein Bruder. Er hat das auch nur gehört. Ja, das wundert mich nicht. Jetzt habe ich die ganze Zeit im Penisring-Gespräch zugehört. Okay, die bewegen sich nicht. Das ist gut. Da lag doch gerade was, oder? Okay, sowas glaube ich aber glaube ich nicht. Warum denn nicht? Eigentlich wäre es doch ganz... Oh. Oh. Ich hätte ihn nicht vorher sauber gemacht. Bäh. So wie der aussieht mit seiner hässlichen Platte auf dem Kopf. Mein Gott. Ich habe den Ring erst mal gar nicht gesehen. Das ist... Seine Platte hat so geblendet. So. Jetzt gehen wir hoch. Und werden ihm erst mal... ein Haarwuchsmittel auf den Kopf auftragen. Und dann wird er sich... wundern. Hä? Warum sprießen denn meine Haare so? Ich muss mich ansehen. Ich bin so hübsch. Ich muss mich im Spiegel ansehen. Und dann wird er abgelenkt. Und dann schnappen wir uns den Ring. Ja, genau so wird es ablaufen. Nehme ich auf? Ja, ich glaube schon. Aber nicht doof. Was? So. Jetzt müssten wir eigentlich im Raum sein, oder nicht? Da ist er. Spähen. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Oh mein, ich würde gerne durch die Wand gucken können. Wir haben noch zwei verschiedene Augen. Heißt das nicht, dass wir... Ist das ein Geldschrank? Oh Gott. Sicher noch eine Errungenschaft des Barons. Ich kriege ihn trotzdem auf. Okay, du kriegst ihn auch sehr gut. Aber ist das nicht ein bisschen gefährlich? Gibt es hier irgendwie einen Lichtschalter? Hier gibt es keinen Lichtschalter. Mist. Oder übersehe ich ihn? Nein, kein Lichtschalter. Aber es gibt hier ein Rätsel. Aha, gut. Abwechslung. Tja. Okay, ich sehe da, glaube ich, schon ein Muster. Da in der Mitte, das ist so eine kleine Titte. Das habe ich nur gesagt, weil es sich reimt. In der Mitte ist so ein Kreis, genau. Nein, 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 das war falsch. Genau, okay, und... Erstmal drinnen gewöhnen, und zack, er ist offen. Haha! Haha, jetzt gehört der Dammring mir. Oh Gott, ich kann ihn nicht mehr nochmal angucken. Jetzt muss ich immer an einen Penisring denken. Nein, nimm das andere Gold! Öffne die verdammte Tür! Brech sie auf, wenn es ein muss! Steve! Den Ring und einen neuen besten Freund. Aber es ist erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Nein! Komm schon! Beeilung! Wir haben nicht mehr viel Zeit, glaube ich. Und öffnen! Und raus hier! Komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Oh, scheiße! Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Gewinn einfach so durch. Immer schön im Schatten bewegen. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Oh, scheiße, jetzt ist die Musik wahrscheinlich viel zu laut, oder? Ich habe ein bisschen alles lauter gestellt aufs Maximum, mal gucken. Die Schauteinstellung kann ich auf Maximum anspielen. Das ist schon mal, das ist schon krass. Wo ist denn das Licht? Hier ist das Licht. Moment. Oh, fuck! Wie kann ich es denn am besten kaputt machen? Mit diesem Fall hier? Am besten brauche ich etwas zum Ablenken. Habe ich aber gerade nichts. Jetzt, das ist meine Chance. Nein. Yes! Sehr gut. Und jetzt sind wir im Schatten und nichts kann uns aufhalten. Außer die Blüte hier. Ach, die ist so schön, die muss ich mitnehmen. Und doch. Ähm. Was? Oh man, die Musik ist verdammt laut, ey, vom Spiel. Die machen wir jetzt mal leiser. Da hört man ja gar nichts hier. Äh, Musik hier. Seht ihr, zack, machen wir mal ganz leise. Und weiterspielen. Und jetzt redet ein bisschen lauter. Mein Gott, wir müssen einen Megafon klauen. Aber der nimmt es ja nicht an, weil es nicht vergoldet ist. Hallo, ich bin Garrett. Ich nehme nur vergoldetes Mikrofone an. Lass dich fallen. Wie lässt du dich fallen? Kann ich da gar nicht hin, oder was? Doch, hey, wie lässt du dich fallen, Kumpel? Jetzt runter mit dir. Oh, komm schon, das ist doch jetzt dumm. Komm, nein, nein, komm, Spielchen. Spielchen, tu, was ich will. Du warst doch so gut zu mir. Muss ich von hier springen, oder was? Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe Leertaste nach unten gedrückt, rechte Maustaste, wie sonst immer, beim Fallenlassen. Auf X. Okay, stand das da gerade irgendwo? Dann tut es mir leid, aber auf X runterspringen. Okay. Warum nicht gleich? Ö oder Ä oder so. Oder Steuerung, Alt und Entfernen. Nein! Oh, scheiße. Oh, nein, haben die es gehört? Egal, erstmal klauen. Nahrung. Brauche ich nicht. Nahrung. Oh, Kacke. Oh, Kacke, die am Fackeln. Aber ich bin viel zu schnell für die. Oh. Sch, nicht zeigen. Wir müssen da oben hin. Wie sind wir hier reingekommen? Aber hier geht es hoch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn es irgendwo hoch geht. Wie die Musik in der Hand treibt. Ah, das haltet nicht aus. Es ist zu viel Druck. Gute Nacht. Sehr schön. Und jetzt sind wir Batman geworden. Zack, abgeschlossen. Ja, wie geil. Staub zu Staub. Wir sind Jäger. Es ist doch gut. Hier, zack, zack, zack. Gefundene Sammlerstücke. Fünf von eins. Ja, ich habe viel mehr gefunden, als es eigentlich gibt. Gesamtbeute in Gold. 236.000. Das kommt nach Billionen oder Milliarden. Ich weiß es doch nicht. K.O. schlägt. Achso, zehn soll ich im Kampf K.O. schlagen. Stiehl alle Beuteobjekte. Sechs. Also das, 100% durchzuzocken, das wird echt anstrengend. Der Bruger macht das. Schaut beim Bruger vorbei. Der macht da sonst so ein auf Mega-Stealth-Banderbär. Und wenn ihr was dazu lernen wollt. Gut. Dann fahren wir mal fort. Schauen uns die nächste Cutscene an und so. Wir sind jetzt wieder in unserem Turm. Verbessern einiges. Schaukästen aktualisiert. Supi. In dieser Truhe bewahre ich alle meine Vorräte auf. Ich sollte mich vorbereiten. Ja, solltest du, genau. Und wir sollten jetzt vielleicht mal... Ach, wir haben gar kein Geld. Oh. Aber wir haben hier so ein paar Erstickungspfeile und Mohn können wir auch mitnehmen. Zack, warum nicht? Einlagern muss jetzt nicht sein. Werde ich dadurch schwerer? Ich weiß es nicht. So, gibt das hier sonst noch irgendwelche Sachen? Irgendwelche Truhen? Habe ich etwas übersehen? Ansonsten finde ich ganz cool, dass wir hier so im Glockenturm sind. Ich fühle mich wie die Gargoyles. Gebt ihr die Gargoyles noch? Unikate. Hier ist noch die Karte. Okay. Die Windung eines Todes. Ah, hier ist auch das Schild, das ich eigentlich lesen wollte. Gut, Freunde. Alles klar, Freunde. Wenigstens etwas, das wieder ist, wie es war. Du willst nicht auf uns so reden, was, Gary? Gut, dann schauen wir uns nochmal die nächste Cutscene an. Und schauen wir uns mal, wohin wir im nächsten Part... ...geleitet werden. 5000 nur. Wahrscheinlich werde ich jetzt auch von normalen Bürgern und Passanten... ...verraten. Und die kreischen dann und diese... ... ... ... Cooler Hightech-Bogen. Na, was steht da drauf? Rauchen kann tödlich sein. Geh rüber zu Black... Was, ey? I'm ass. Geh rüber zu Black Alley. Gut, den Rest hab ich nicht geschafft. Zulichstens. Oh, was passiert eigentlich, wenn man Streichhölz ins Feuer packt? Gehen dann alle an? Weiß ich gar nicht. Das teste ich mal demnächst. Und das war's dann wahrscheinlich auch mit mir. Danach wird die ganze Bude abfackeln mit mir. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Thief. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Folge. Und ich hab schon wieder vergessen, was wir erlebt haben. Aber irgendwas Gutes bestimmt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Penisring, Penisring. Oh Gott, ich hab's doch vergessen, warum... Ich war noch schon im Titel vor, oder? Ich hab bestimmt irgendwie in den Titel geschrieben. Bis zum nächsten Mal. Oh ja. Und als Thumbnail nämlich dann ein Pimmel mit einem Penisring oder was? Gott, ja, das war's dann komplett mit YouTube. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Holly.